Ich bin heute in Berlin-Neukölln in einer der größten Wrestling-Schulen Deutschlands. Ich will nämlich herausfinden, was in der Szene so geht und woher die Faszination fürs Wrestling kommt. Wie viel Sport, wie viel ist Show? Ja, das probiere ich doch gleich mal selber aus. So, ich seh's wieder hoch. Das waren ein paar Tränen. Zweimal die Woche findet das Training der German Wrestling Federation, kurz GWF, statt. Die Chefs sind hier Ahmed und Hussein Scheer. Die Brüder haben die GWF 1995 gegründet. Beide sind also schon ziemlich lange im Game. Ahmed, wenn sich Leute für Kampfsport interessieren, dann ist es ja meistens so, dass sie vielleicht mal Kickboxen ausprobieren, Jujutsu oder Karate, so die Sachen, die man kennt. Wrestling ist ja schon relativ speziell, sag ich mal. Was für Leute kommen denn hierher? Der Großteil, der zum Wrestling kommt, hat die Motivation Entertainment. Wrestling ist Entertainment. Wenn du als Kickboxer an einem Turnier teilnimmst und dann irgendwo einem Turnier mitmachst und die Zuschauer triffst, dann, wenn du Glück hast, klopft er an die Schulter und sagt, guter Kampf. Aber als Wrestler reist du nach Frankreich, bist zum ersten Mal dort, 3000 Zuschauer, die wollen alle ein Autogramm und ein Foto von dir. Warum? Weil als Wrestler hast du einfach so diese Star-Position. Und das ist halt der große Unterschied. Entertainment steht sehr krass in Vorderung. Also müssen schon alles so kleine Rampensäue sein. Absolut. Absolut. Und die, die es nicht sind, die müssen es werden. Du stellst dich da ganz hinten in der Reihe und dann einfach mitmachen musst. Ja. Bereit machen? Das kann ich nicht machen, um die richtig kaputt zu machen. Wie steht ihr zu Wrestling? Hättet ihr Bock, das mal auszuprobieren? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Für meinen Crashkurs in Wrestling-Moves kriege ich einen Profi an die Seite gestellt. Toni. Oder, wie er im Ring heißt, Toni Tiger Harting. Er ist seit acht Jahren dabei und war 2022 Champion der GWF. Im Gegensatz zum Beispiel zum Judo oder Jujutsu, wo man abrollt gezielt, wenn man fällt, ist es beim Wrestling natürlich so, dass es authentisch aussieht. Das muss natürlich so aussieht, wenn ich eine reingeschlagen bekomme, dass ich wirklich fallen würde. Aber kriege ich auch wirklich eine reingeschlagen? Du kriegst heute richtig eine reingeschlagen. Okay. Dass wir im Prinzip hier sicherstellen können, dass du weißt, wenn wir gleich richtig in die Vollen gehen, wie man fällt. Dein Kinn auf die Brust, dass du deinen Nacken schützt und wenn du dann landest, Hände zur Seite, aufklatschen lassen. Jawohl. Und die Hüfte hoch, um die Hüfte noch zu schützen. Jetzt hast du die Fallschule kennengelernt und jetzt wollen wir im Prinzip, du hast gesehen, es gibt Schläge, es gibt Tritte im Wrestling, aber es gibt auch was ganz anderes. Und das sind die sogenannten Slams. Und heute möchten wir mit dir einen Suplex machen. Den Suplex ist im Prinzip ein Barzum vom Wrestling. Jeder Wrestler weiß, wie dieser funktioniert und ad hoc weiß sofort jeder Wrestler, wie er zu reagieren hat. Und das wollen wir mit dir jetzt machen. Gerne. So ready. Ich bin ready, ja. Ich zeig dir erstmal, wie man greift. Ich greif erstmal. Ich hoffe, du ekelst dich nicht vor. Oder soll ich ein T-Shirt gemacht? Meine Stirn waren da gerade auf dem Schweiß, wo alle 20 ihren Schweiß hatten. So, also ich greif hier einmal rüber bei dir. Dann nehm ich deinen Arm hier rüber. Ja, bist du ready? Ja, ich bin ready. Okay. Dann soll es jetzt mal losgehen. Und? Ja. Das ging gut, aber ich muss doch fast nichts machen. Auf drei. Was mache ich auf drei? Auf drei ziehst du mich nach hin. Eins, zwei, drei. Auf den ersten Blick sieht Wrestling aus wie klassischer Kampfsport. Und fühlt sich für mich auch so an. Ein sportlicher Wettkampf sind die Matches im Ring aber nicht. Wrestling ist Schaukampf. Wer gewinnt und wer verliert, wird vorher abgesprochen. Im Prinzip kämpfen die Wrestler also nach Drehbuch. Fun Fact. Mit dem Olympischen Wrestling, also Ringen, hat dieses Wrestling echt nichts zu tun. Das Drehbuch legt auch fest, welcher Wrestler welche Rolle hat. Held oder Schurke. Toni tritt mittlerweile als Bösewicht auf. Mit passendem Kostüm. Der Böse ist schon die coolere Figur. Ja, kommt drauf an. Du kannst alles sein. Du kannst, weiß ich, das Biest aus Skandinavien sein. Du kannst der coole Typ sein, der im Prinzip die Leute immer hintergeht. Versuch immer eine Heldenreise darzustellen. Und da brauchst du natürlich immer einen Bösen. Weil der Held, der muss immer leiden. Und in dem Fall bin ich verantwortlich dafür, dass der Held leidet. Und dann zum Fluss eventuell empor geht und beweisen kann. Und die Zuschauer freuen sich, dass er der Champion zum Beispiel geworden ist. Aber es stört dich nicht, dass schon vor dem Kampf klar ist, ob du gewinnst oder verlierst? Nein. Überhaupt nicht. Nee. Weil das gehört dazu. Und es kommt nicht drauf an, ob man gewinnt oder verliert. Sondern es kommt drauf an, wie man im Prinzip den Leuten die Geschichte erzählt. Und zum Allerletzt der allseits beliebte Job. Also wie viel war dann jetzt wirklich echter Schlag wie beim Kampfsport und was war gespielt? Genau. Also wenn du dir erstmal am besten seine Brust veranschaulichst, dann siehst du, dieser eine Schlag hat schon offensichtlich seine Spuren hinterlassen. Ja. Das sieht böse aus. Ja. Und, ne, Wrestling ist im Prinzip 100% Athletik. Das ist mal ganz klar gesagt. Es tut schon weh, oder? Ja. Das ist doch, wie rot das ist. Apropos Skript. Um die Drehbücher für die Kämpfe der GWF kümmert sich Ahmed persönlich. Einmal im Monat treten seine Wrestler im Festsaal Kreuzberg auf. Um die 700 Menschen gucken zu. Ahmed feilt mit den Wrestlern an ihren Auftritten, damit die Show überzeugt. Bist du eher der Techniker, bist du eher der Highflyer, der gut, denen es leicht fällt, gute Flugmanöver einzusetzen? Oder hast du einfach übermenschliche Power, die man jetzt nicht erwartet? Dann gucken wir und dann gucken wir, dass dein Style so dementsprechend deinen Fähigkeiten entspricht. Und natürlich gucken wir auch, was macht dir denn Spaß? Wenn du einfach super viel Spaß am Fliegen hast, dann arbeiten wir dran. Lass nicht immer mehr fliegen. Gucken wir mal, dass wir da ein bisschen was ausarbeiten. Es gibt Leute, die sind die liebsten Menschen auf der Welt. Und die wollen unbedingt eine richtige Drecksau im Ring sein. Weil sie das ausleben wollen, weil irgendwo anders kannst du es rauslassen. Können wir machen, sehr gerne. Aber in der Regel sagt man einfach, es ist besser, wenn du das versuchst darzustellen, was auch irgendwie dein Charakter entspricht. Es ist natürlich Show und man spricht sich ab. Aber man kennt ja auch diese Videos, wo Leute sich schon auch ziemlich hart aufs Maul legen. Wir unterscheiden ganz klar zwischen wehtun und verletzen. Wehtun ist okay, verletzen nein. Aber meinst du nicht, dass gerade dieser Show-Aspekt auch den Sport noch mal gefährlicher macht, weil die Leute in ihrer Rolle bleiben wollen und sich nicht schützen dürfen, weil es nicht zu ihrer Rolle passt? Bevor jemand in den Ring steigt, hat er hier viele, viele, viele Stunden schon hinter sich. Dem wird das nicht passieren. Besonders in den USA ist Wrestling voll angesagt. Dort sitzt auch der weltweit größte Veranstalter. Die World Wrestling Entertainment Promotion setzte allein im letzten Jahr 1,3 Milliarden Dollar um. Von solchen Margen sind die Promoter aus Deutschland weit entfernt. Selbst Profi-Wrestler Toni kann von seinen Matches nicht leben. Im echten Leben ist er Polizeibeamter. Für den großen Durchbruch müsste Wrestling auch im deutschen Fernsehen übertragen werden, sagt Ahmed Scheer. Nach nur einer Stunde Training bin ich natürlich noch nicht fit für den Ring. Aber Toni will mit einem Mini-Show-Kampf testen, was ich von ihm gelernt habe. Wir versuchen eine kleine Kugel zu machen. Damit erzeugen wir auch noch ein bisschen Geräusche. Und dann suchen wir uns im Prinzip einen Teil an der Brust. Ja, hier oder hier, das sei dir überlassen. Und dann mit Schwung dagegen. Und ich mache dann ... Du musst es jetzt verkaufen. Okay. Also ich gebe dir den Schlag. Andere Seite. Oh. Richtig schön mit dem Oberkörper rein auch noch. Sehr gut. Genauso. Da komm. Einen noch. Mir tut langsam die Hand weh. Jetzt kommen wir zum Wrestling Match. Jetzt kommen wir zum Wrestling Match. Ja. Ich erzähle jetzt ... Wir machen das jetzt. Eine Wrestling Match. Es geht jetzt schon los. Ja. Ich bin bereit. Ich habe meinen Skript nicht bekommen, Toni. Und zur anderen Seite nochmal. Und ... Eins. Zwei. Und? Fert gewonnen? Keiner. Unentschieden. Okay? Wie ist mein Wrestling Name? Margarete ... Ja. Die ... Ja. Die ... Unausstehliche. Die unwiderstehliche. Sport oder Show, Wrestling ist definitiv beides. Ich kann jetzt nach dem Training die Faszination auch nochmal viel besser nachvollziehen. Denn es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Gerade durch diese Show-Elemente kommt man wie in so ein kindliches Spielen. Und ja, das macht einfach Bock. Aber ich habe auch gemerkt, es ist ein hartes Training. Ich bin jetzt ziemlich kaputt. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning. Wer Wrestling machen will, der oder die muss definitiv trainieren, muss fit sein. Denn die Verletzungsgefahr ist hoch und Wrestling ist am Ende. So lustig es aussieht, nicht nur Show, sondern tatsächlich einfach Sport. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr unseren letzten Explainer sehen wollt zum Thema Wildtiere als Haustiere, dann klickt doch gerne mal hier. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Sonst ... und so. Ende. Ende. Vielen Dank.